Wenn ein Gefühl sich breitmacht, eine Vorfreude auf das, was vor einem liegt. Wenn die Schritte leichter werden, fast so, als würde man fliegen. Wenn man jeden Atemzug wahrnimmt und die Luft elektrisiert ist. Und der Freudenrausch einen überkommt, bis irgendwann im Kopf jede Stimme verstummt. Wenn man die Anspannung bis in die letzte Ader spürt und weiß, man hat die längste Zeit gewartet. Sie kommen nur, um ihn zu sehen. Sie haben sich hier versammelt, um ihn zu feiern. Eine lebende Legende. Schon Darwin erkannte, dass in der Evolution die Starken überleben. Und nur die stärksten vereinen zwei Lebensregeln. Ruhmreich ist, wer sich immer wieder neu erfindet und was gut ist, bleibt bestehen und wird Tradition. Was ist das Geheimnis des Erfolgs? Manchmal ist es, mit der Zukunft zu gehen und sich dabei selbst treu zu bleiben. Die neue G-Klasse von Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Das Beste oder Nichts.